Christian, muss ich jetzt wirklich hier mitfahren? Ja, Brigitte, warum? Oh, ich... Weißt du, mein Magen, der ist heute nach dem Schreck gar nicht gut. Ja, aber du hast doch gesagt, dass du sehr gerne Gülle fahren möchtest heute. Naja, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Den Anblick auf den Hof oder hier Gülle fahren? Na, das musst du doch wissen, Brigitte. Oh, ich hab mein... Warte, Christian. Ja? Christian, ich hab vorgesorgt. Ich hab mein Parfüm in der Tasche. Warte. Nein, nein, nicht. Nein, nein, nein. Gib mal deine Füße. Christian, gib mal deine Füße. Nein, hallo, ich muss doch... Brigitte, was machst du da? Und lass die Fenster zu. Ach, das ist besser. Ja, bisschen weniger jetzt auch getan. Christian, das ist das Parfüm, was du mir geschenkt hast. Vor zwei Jahren Weihnachten. Weißt du noch? Ja, ich weiß, Brigitte, aber ein bisschen weniger jetzt... Ah! Umgetan. Ich muss mal lüften. Nein, lass das... Christian. Jetzt ist... Nein, jetzt muss ich nachspülen. Hier noch und da noch und... Ja, jetzt... Nein! Ja, auf mich anzusprühen. Christian, mach das Fenster zu. Ah! So ist geht das. Sehr gut. Ah, mir wird schwummrig. Christian, du... Ah! Mir wird schwummrig. Konstantin, Christian. Mach mal die Dutzwolke hier raus. Raus! Christian, das hast du mir geschenkt. Das ist nicht unser Traktor. Ja, aber er freut sich bestimmt, wenn es hier ein bisschen besser riecht. Ja, aber doch nicht so. So lässt sich das aushalten. Und ich habe noch eine ganze Flasche dabei. Ich kann nachher noch nach... Nein! Noch einmal und die Flasche fliegt aus dem Fenster. Christian, die Fenster sind zu. Ja, deswegen ja. Dann sind sie offen. Ich kann nichts rausschmeißen, wenn das Fenster zu ist. Ja, und dann bleiben sie aber auch offen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Christian, nein. Brigitte und ich fahre dann auch rückwärts. Ach. Wir müssen eh gerade nachholen. Und diesmal kommt mir zu den Schlauch an. Vielleicht könntest du einfach ein bisschen schneller fahren. Dann ist das Feld fertig. Dann musst du nicht immer auffüllen. Ja. Vielleicht müssen wir ja auffüllen, damit das Feld fertig wird. Aber dann müsstest du weniger auffüllen. Einfach ein bisschen schneller fahren. Und es würde nicht so stinken. Brigitte, das stinkt ja auch, weil man es ausbringt. Christian, du bist ein oller Klugscheißer. Die Kühe haben es aus dem Arsch rausgemacht und wir müssen es jetzt auf Feld machen. Ach, Christian. Brigitte, was denn? Oh. Wollen wir mit deinem Auto fahren? Ich habe kein Auto. Du hast dein Auto, das steht in der Garage. Brigitte. Nein. Doch. Ich kann mich hier doch damit nicht sehen lassen, Christian. Ja, aber du hast doch nachher noch deinen Termin. Nein, ich habe schon abgesagt. Ich habe gesagt, gestern hatte ich es mit dem Magen und heute habe ich es mit dem Kreislauf. Das kann aber gar nicht sein. Ich habe Sarah geschrieben, dass du kommst. Nein, die weiß ganz genau, dass ich nicht komme. Doch, die weiß, dass du kommst. Ich habe gesagt, dir wurde schlagartig besser. Du brauchst nur ein bisschen Zucker. Christian, du bist ein Ekel. Warum? Wenn sie wüsste, was ich hier alles mitmache. Vielleicht freust du dich auch mal ein bisschen. Worüber? Dein Auto zum Beispiel. Ich freue mich, wenn du mir endlich meinen Porsche schenkst. Den habe ich dir geschenkt, Brigitte. In Porsche Rosa. Es gibt kein Porsche Rosa. Natürlich, steht in der Garage. Oh, ich rieche es schon wieder, Christian. Warte, ein bisschen, ein bisschen noch. Ja, jetzt hör auf! Einfach ein bisschen in die Sitze, dann bleibt es da drin. Brigitte. So ein bisschen in den Fußraum. Hör auf zu sprühen! Aber es ist so... Jetzt riecht es besser. Oh, ich muss kurz... Christian, mach die Tür kaputt. Nein, die bleibt offen! Ich mach sie zu. So. Das ist ja eklig. Du hast mir das Parfüm geschenkt, Christian. Ja, das habe ich auch, aber nicht für Massenproduktion. Und du hast gesagt, das riecht sehr gut an mir. Weißt du, die Frau in der Drogerie, ne? Wo ich das damals gekauft habe. Die hat zu mir gesagt, weniger ist mehr. Nehmen Sie nur ein bisschen von dem Parfüm. Sagen Sie das Ihrer Frau. Und dann riecht das viel, viel besser. Nicht zu viel, sonst fängt es an zu stinken. Ja, und du fährst hier mit einer Tonne Gülle. Da muss man ein bisschen mehr. Hast du ihr das auch gesagt? Nein, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass du ein Gestüt kaufst. Unser ganzes Erspartes dahin ausgibst. Unser Auto dafür verkaufst. Ach, erinnere mich nicht an das Auto. Ja, es war ein schöner Porsche in rot, ne? Ja, ja. Mit rotem Leder. Ja. Jetzt hast du einen in pink. Nein. Doch? Nein, Christian. Mit pinker Innenausstattung. Er hat gar keine Innenausstattung. Stimmt, da wollte ich ja noch die Neon-Gelbe bestellen. Oh, die fahren hier. Christian, die fahren hier wie Affen. Das stimmt allerdings, Brigitte. Ja. Neon-Gelb, Innenausstattung, habe ich gesehen. Habe ich bestellt. Christian, ich höre dir gar... Du bestellst bitte nichts. Alles, was du jetzt ausgibst, fehlt mir dann am Porsche. Ja, du hast ja einen Porsche. Ne, ich baue dir ja gerade einen Porsche. Die Boxershorts bekommst du auch nicht zum Geburtstag. Das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Was soll das denn? Wird alles gespart. Ach so, alles geben wir für deinen komischen Porsche aus? Und ich kriege noch nicht mal Boxershorts. Ja. Ach, Christian. Ja, Brigitte? Oh, muss ich mein teures Parfüm hier opfern? Jetzt, hör, jetzt, Brigitte, noch einmal. Oh. Wo ist jetzt eigentlich dein komischer Kumpel? Donald? Ja. Ja, ich weiß nicht, wo Donald ist. Er hat bestimmt etwas sehr, sehr Wichtiges zu tun. Christian. Was denn? Den Nachbarhof Great Again machen? Nein, unseren Hof Great Again. Das ist ja nichts, was man vom Traktor ausmacht. Da muss man ja ganz viel machen. Ja, aber er soll doch arbeiten. Wo ist er denn jetzt hin? Ja, hier gibt es ja nichts mehr zu arbeiten. Er hat ja den Traktor kaputt gemacht. Du weißt schon, dass Sven noch Geld will. Nein. Doch. Nein. Äh, doch. Ach, guck mal. Das kostet 3.000 Euro. Ja, Christian, dann hättest du es ihm halt gegeben. Da vorne steht Donald. Warte. Ja, ich warte. Bitte so, dass ich... Nee, Christian. Was denn? Ich kann doch hier nicht aussteigen. Ja, dann fahren wir halt ein Stückchen weiter. Ja, bitte. Herr Donald, Moment. Ich kann doch dem Herrn Donald nicht mit dreckigen Schuhen gegenüber treten. Schau mal, er ist immer adrett, immer schick. So. Und jetzt kommst du mit und sagst ihm mal anständig Hallo. Christian, klopf mal deine Hose bitte sauber. Du hast auch noch einen Fleck auf der Hose. Ja, den kriege ich auch nicht mehr raus. Und ich habe auch keine Hosen mehr. Drum kann ich auch nicht zu Sarah. Herr Donald, das ist mein Mann, Christian. So, und jetzt sag ihm Hallo. Ist das der Arsch, der den Trecker kaputt gemacht hat? Christian. Was denn? Dann frag ihn, was passiert ist. Er wird es dir sicher sagen. Was ist passiert? Er spricht eben nicht unsere Sprache. Ah ja. Traktor makes great again. Ja, siehst du. Aber great again sind keine Beulen vorne drin. Christian, er versteht dich nicht. Ja, vielleicht sollte er weniger Mexikaner für sich fahren lassen. Und selber arbeiten. Ja, er arbeitet doch. Ja, wo war er denn jetzt die Zeit? Ja, das weiß ich nicht. Wichtige Geschäfte beim Spazierengehen erledigt. Ah ja. Naja, er muss viel telefonieren. Also, der Herr Sven, dem der Traktor gehört, der kriegt 3000 Euro von Ihnen. Ich glaube, das hat er nicht verstanden. Ja, komischerweise verstehen sie immer nicht, wenn es ums Geld geht. Ähm. Guck mal, er sagt, er ist, er macht den Hof great again. Er sagt es doch, Christian. 3.650 Dollar. Jetzt. Zu zahlen an Sven. Bar. Pronto. Ja, ich, ich. Christian. Was? Wieso, wenn er das nicht anders versteht? Unhöflich. You must pay money. Dollarse. Christian, jetzt verstehe ich nicht. 3.650 Dollar. Na. Zu Mr. Sven. You make the Traktor not great again. Christian. You make it caputo. Sei nicht so unhöflich. Ja, guck mal, das versteht er aber komischerweise. Aber er sagt doch, wenn er fertig ist, dann haben wir ganz viele Traktoren und Porsche und einen tollen Hof, Christian. Ja, der Traktor ist aber jetzt kaputt und nicht später. Dann muss der Sven sich gedulden. Brigitte. Christian. Ich werde es nicht bezahlen. Dann sei geduldig, der Donald macht das. Ansonsten verkaufe ich deinen Traktor und bezahlst davon. Du kannst, du kannst, weißt du, dafür, dafür würde ich sogar meinen Porsche opfern. Deinen Porsche behältst du, der ist unverkäuflich. Vielleicht, nein, 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 das kannst du ruhig, also dafür würde ich es machen. Nein, der ist unverkäuflich. So, können wir jetzt weiterfahren. Ach, wieder dringende Telefonate. Ja, dann geh. Hast ihn verscheucht. Ach, Christian. Lass ihn doch arbeiten. Ja, soll er, soll er, äh. Brigitte, wenn du nochmal solche Leute einstellst, ne? Du brauchst einfach ein bisschen Geduld, Christian. Das wird alles ganz toll. Brigitte. Christian. Wie viel Feldarbeitserfahrung hat er denn? Ja, wie viel hast du denn? Ja, mehr als er anscheinend. Ich mach keinen Traktor kaputt. Oh. Oh. Christian. Ja, was ist denn, Brigitte? Wir müssen das halt machen. Ich kann die Spüre offen gelassen. Nein, wir waren kurz draußen. Irgendwie riecht das hier drin viel, viel schlimmer wie draußen. Es liegt ja in deinem Parfüm. Aber, Christian, nein. Doch, an deinem Rumgesprühe. Das hat sich jetzt vermischt, siehst du? Das hast du jetzt davon. Oh. Hättest du mal nicht gesprüht. Ja, das ist ja kaum auszuhalten hier, Christian. Ja, aber du musst es doch unbedingt deine Gülle sprühen. Also, Jan. Brigitte. Wohin fährst du? Drehen. Auf der Gülle. Das, ja, aber... Du machst doch den Traktor ganz dreckig. Ja, das passiert mal, wenn man arbeitet. Dann wird der dreckig und nicht kaputt. Wart's nur ab. Wart's nur ab. Der Donald, der macht das. Ja, was denn? Den nächsten Traktor kaputt. Nein. Und was will er da machen? Dann haben wir endlich unser Gestüt. Unser Gestüt? Dann habe ich auch mein Porsche. Und dann fahr ich zu der Sarah. Du fährst gleich zu der Sarah. Nein. Ich beeil mich extra, dass wir fertig werden. Ja, du kannst... Ein bisschen schneller fahren, Christian. Ja, dann müssen wir noch einmal holen und dann bringen wir den weg. Dann kannst du zur Sarah fahren. Warum teilst du dir das hier nicht mal richtig ein, Christian? Weil es so ist. Ja. Rasmil müssen wir auch. Der führt wichtige Gespräche. Da hat man viel zu tun. Er steht dumm rum und guckt die Nachbarin auf den Arsch. Ja. Brigitte, es ist doch so. Vielleicht guckst du ihr ja auf den Arsch. Nee. Doch. Nein. Das habe ich... Christian? Brigitte? Gestern früh, als ich beim Briefkasten war, habe ich dich gesehen. Da hast du geguckt. Gestern früh habe ich geschlafen. Ja. Weil ich davor dein Auto lackiert habe. Aber danach habe ich gesehen, dass du geguckt hast. Danach standst du im Garten rum. Ach. Und dann habe ich dir dein Porsche gezeigt. Wo hätte ich da irgendwen hinterher gucken sollen, auf unserem Hof? Das hast du aber. Nein. Das brauchst du gar nicht... Oh, Schild. Christian. Brigitte. Das brauchst du gar nicht dem Herrn Donald in die Schuhe schieben. Er schlitt da doch gerade. Er hat telefoniert. Am Zaun mit dem Pool und der Nachbarin. Natürlich. Hier ist wieder der Luftballon. Hast du eine Nadel? Nein, Christian. Schade. Was ist denn? Ist die Kühle hier nicht mal leer? Nein, hier sind viele Tiere. War nicht immer so dicht dran. Wir müssen doch zum Aufladen. Oh, es wird das Sprühen. So. Na, hör auf jetzt. Ja, ein bisschen. Guck mal, geh mal an. Hör auf. Guck mal, wenn man das so ein bisschen weiter oben, dann hat man so... Oh, jetzt. Jetzt. Ah, hör auf. Das ist besser. Das ist viel besser. Guck mal, nächstes Mal fahre ich alleine Gülle. Bäh! Ja, wobei... Nein, fürs nächste Mal Gülle fahren, hole ich einen anderen Traktor. Was ist denn für ein? Mit Kabinenbelüftung. Okay. Und dann stinkt es nicht mehr? Nein, weil dann ist ja Luft. Dann ist es... Dann ist es luftig. Und... Und dann kommt der Gestank nicht rein. Das ist gut. Oder? Und warum wurde der nicht gleich geholt? Ja, weil der nicht zur Verfügung stand. Aber wir müssen ja unsere Wiese machen. Und nachdem wir unser Gras dann gemäht haben, müssen wir da ja auch Gülle fahren. Und da besorge ich dir dann einen mit Kabinenbelüftung. Das ist gut. Dann kann ich da auch mitfahren. Aber ich werde mein Parfüm trotzdem mitnehmen. Weil du bist ja auch noch neben mir. Ja? Was willst du sagen? Nichts. Nur, dass du neben mir bist. Ja? Ja? Was willst du sagen? Christian. Brigitte. Hast du gerade gesagt, ich stinke? Das weißt du doch. Ich gehe jeden Tag duschen. Mit Haare. Naja. Du bist im Bad. Was du da machst, weiß ich nicht. Duschen, Brigitte. Und zwar jeden Tag mit Haare. Nicht nur jeden zweiten Tag Haare. Der Herr Donald duscht bestimmt zweimal am Tag. Der Herr Donald interessiert mich nicht. Der kann von mir aus auch zehnmal duschen gehen. Oder gar nicht. So. Jetzt machen wir den Rest. Ja. Dann beeil dich jetzt mal. Weißt du, du brauchst immer so lang. Ich bin mal gespannt, was der Herr Donald vorhat. Mit der Nachbarin? Christian. Mit unserem Co. Was interessierst du dich eigentlich so für die Nachbarin? Schon wieder sprichst du von ihr. Ich interessiere mich für den Herrn Donald. Für diesen komischen Typen, den du angestellt hast. Wer weiß, wozu du den angestellt hast? Er macht den Hof great again, Christian. Ja, das sagst du mir die ganze Zeit. Ja. Ich habe auch gesehen, wie er auf dich schaut. Vielleicht sieht er in mir noch ein bisschen mehr als du. Und was soll er sehen? Christian. Brigitte? Das war eine Frage. Wieso ist das wieder ein Vorwurf? Oh. Oh, Brigitte. Christian. Ich glaube, kannst du mal gucken, ob wir alles haben? Was haben wir alles? Das Feld. Das Feld. Kannst du mal aussteigen und gucken? Christian, ich sehe es so, dass das Feld da ist. Da muss ich nicht aussteigen. Brigitte, kannst du mal schauen? Ich schaue, ich sehe das Feld. Es ist Gülle überall drauf. Kannst du mal schnüffeln? Christian. Brigitte. Du bist unmöglich heute. Ja, es reicht mir jetzt auch mit dir, Brigitte. Ja, mit dir auch, Christian. Ich rede jetzt nicht mehr mit dir. Lass mich noch mal weil wir dasquirde. Tut mir lebt, glaube ich. Oh. Okay. Genau, wir machen. Vielen Dank.